hallo und herzlich willkommen zurück zu forest meine lieben freunde und wieder dabei ist der wahl und natürlich nicht euer onkel und wir sind gerade nur noch auf der suche nach dem kochtopf durch die durchschuldigung gleich noch einen zweiten panzer für ein bisschen ich habe gerade voll den back springer ich lande immer im wasser ist das bei dir auch schon plätschern ja ja wir sind gerade auch noch auf das uhr nach dem schild kriegen kann was war das ich bin tot was wo ja hinter dir stehe direkt hinter dir helfen wir machen ich weiß nicht wo du bist drücken um mich zu retten hinter dir scheiß krokodil man hat mich gebissen oder was aber ich sehe kein krokodil mann ist jetzt siehst du sowieso kein krokodil ist stück duster ja aber du hast doch gerade gesagt hat krokodil gebissen ja ja aber da muss ja ich bin tot und das krasse ist überhaupt dass ich sie ist noch nicht mal jetzt meine jahre sie glaube ich schon mal weiter es ist mit zu blöd jetzt ja wir müssen eben kochtopf sammeln suchen ich habe gerade voll das gefühl wir laufen total im kreis das könnte möglich sein ja also es kommt mir zwar nicht bekannt vor hier aber ich glaube bevor wir das hier kennenlernen müssen wir eh 20 mal im kreis laufen aber ich mache noch ein paar blätter kaputt kann man mitnehmen zack zack und zack oh ho ho der onkel rennt hier los er rennt hinaus in die welt und lässt mich alleine so ein held toll ich sehe kein einziges tier jetzt können wir natürlich auch hier was rum rennen aber ich sehe ja nichts ist auch keine vögel nix vögel sehe ich aber sonst nichts kein reh kein hase könnte daran liegen dass gerade auch kein reh und kein hase und ruhig sind naja wenn nachher mal die beteilten ist ein eingeborener den sehe ich aber ich esse jetzt mal ein snack weil es geil ist was denn rechts am wasser eine eingeborene nervt mich jetzt ja ja soll man den töten boah hinter uns ist auch eine hilfe wir sind nicht alleine diese ganze familie sind das drei stück da liegt geld kann man das gebrauchen das geld zu verbrennen ehrlich boah ich würde da liegt sogar ein toter werde ich sofort seinen kopf mitnehmen du hast du so viele hintragen ja ich hab ja noch keinen ach so und das ist schon ganz wichtig was kauf und weise ich bin weg wo bist du denn nach dahinten weg hab ich gesagt ach du sau ach du sau hör doch mal auf und renn hier liegen kinderwagen oder was ist das das interessiert mich gerade nicht die burde wenn du uns die typen verfolgen stühle sind das ich kann mal stühle mitnehmen oh die haben taschenlampen wieso haben die taschenlampen ich hab nichts mehr nichts nichts ich hab hunger und ich hab dorst ja schade dass ich dir nichts geben kann ich hab noch eine coladose oh komm doch mal hilfe komm doch mal hilfe oh 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 der ist stark was ist ich bin jetzt einfach bergrunter gesprungen oh ich bin tot kannst du mich retten ne ich bin bergrunter gesprungen hab ich gerade gesagt hab ich mich jetzt erholt was passiert jetzt hier warum was passiert dann ah ok ich glaube die machen sich gerade mal meine leiche her ja die hauen grad auf mich ich werd grad gefressen bei lebendigem leibe und der einzige der mich retten kann ist der onkel ich muss mich aber ich kann ja nicht ja ich bin tot ah herrlich gerade wieder da und wieder tot oh nein die axt ist weg die axt ist weg ich bin gestartet neu und die axt ist weg die axt die axt halt die man benutzt versteckt du nicht vorne der frau nein gar nichts und kein keine ressourcen gar nix gar nix gar nix habe ich was mache ich denn ohne axt eigentlich kann ich gar nix machen dann ne ja was soll denn das herstellen m m m m m m die nahe moment der ist schon genia ach nee hier sind die eingeborene hier oh man eh ja ja das ist nachts ne das ist doch normal dass die da unterwegs ich fand sie wieder könnten ahne ich glaube ich weiß wo ich auch gerade auf der alten der map bin m gibt es die möglichkeit das ich ne axt irgendwo find wieder ja weil ich bräuchte unbedingt eine ein seil kannst du mir das eigentlich geben also später die seite meine ich ich kann dir keine seile geben ich kann dir nichts geben ja auch selbst probieren fallen lassen geht auch nicht nur ich bin auf der alten mit zumindest das ist schon container ja wenn ich komplett neue war will diese abgeändert das ist zum beispiel ist zum beispiel die stelle hier wo ich bin die ist noch nicht fucking bitch okay komm schon schäfer hinbekommen also ich hau jetzt grad hier auf den koffer und der geht auf ja ähm ja meine damen und herren was soll ich sagen ich habe nur einen ast und ja aber ist kein problem ich bin survival king kriegen wir schon irgendwie hin mir fehlt ein scheiß blatt man mhm kenn das gefühl und das gefällt mir absolut nicht nackt und nachts hier durch zu rennen gib mir doch mal ein blatt fuck geht nicht mhm die ganze zeit rennen wir durch gebüsche und machen und tun und jetzt auf einmal kein gebüsch mehr nur um dich zu töten ne das ist heftig also ich weiß nicht warum die leute so viele tennisbälle mitnehmen aber klingt auf jeden fall lustig boah ich hab keine einzige keine einzige dose gefunden zu trinken hier so wo ist denn der onkel da hinten du baust grad was ne was du baust gerade was oder nein du hast aber ein bausymbol ähm ich hatte gerade versucht ein lagerfeuer zu bauen aber da hat mir ein einziges blatt gefehlt mhm ok mach ich dir noch nicht mal schaden weil ich keine axt habe das ist ein bisschen ärgerlich aber wir sollen ja nicht weinen sondern lieber reimen ich renne schon so wie ein irrer ich hoffe ich komplett in den tauren und cola cola keine cola bist du gerade bei meiner leiche nein ich sterbe an durst mhm na gut bären wirst du auch nicht in der nähe haben ne bitte ein onkel stirbt an durst menschen das ist doch dunkel mhm ist wirklich nicht ohne ich will nicht sterben an dumm scheiß ich bin gerade wieder in so einem eingeborenen lager und ja es wird hell es wird hell warte mal hier vorne gabst du irgendwo so ein scheiß gebüsch mit so einem scheiß bern scheiß ich hoffe ich will doch nicht sterben ich hab das nicht nicht jetzt darf doch nicht wahr sein aber fliegenpilze kann man auch essen also wenn die aufgepasst hat in der schule wenn man die isst dann ist man tot nicht direkt ich hab nen Topf gefunden jetzt hab ich nen Topf gefunden echt? ob ich mal gucken wie der aussieht wie nen Topf man ja wie groß ob der blinkt ja wie nen Topf ist das ne gute Sache ich verrecke tatsächlich am Durst ah! kann man die essen? komm mal schnell hier ist ne Pfütze zum trinken hier bei mir komm zu mir ich hab schon ich hab ne Beere alles klar ich bin jetzt grad mit meinen mit meiner Zunge in den Kadaverwasser rein alter so ich hab nen Topf wir haben ein Schildkrötenpanzer jetzt brauchst du noch einen Zweden haben mhm ja ich denke mal dass wir viel Wasser trinken und ich denke mal dass wenn die so ne Schale nur für ein Wasser drin ist guck da oben ist so ein Baum den ich meine ach so du bist ja ganz da hinten hm ich komm ich komm angerannt ist nur schade weil ich vermisse meine Axt total mhm da fühl ich mich ein bisschen schlecht deswegen brauch ich unbedingt ein Seil damit ich dann ähm eine künstliche Axt aus Stein und Holz bauen kann ist da ein Boot? ist da hinten ein Boot? mhm ja geil warte ich bin bei dir da oben auf dem Felsen ist ein Baum das ist so ein so ein Lager von denen ein Beetbaum mhm 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 was hast du denn genommen das hast du denn genommen? ne richtige wieder 10 Schildkröten kriegst aber keinen Panzer her oder? doch kriegst du einen Panzer her mhm 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 mmh mhm mhm pee mhm pf voll cool du kannst mir auch die kisten aufmachen kannst die vögel abwerfen die möwen weißt du wo ich jetzt ein kino fantastic vor das ist so ein film da freue ich mich nicht so drauf ich finde die marvel sind eigentlich alle gut ich will es aber fantastisch vor finde ich ein bisschen mehr ja wir schauen mal so eine kassette einfach mal das und foto june 82 mysterisch im hysterisch mysteriös nicht interessiert mir kommen dann läuft irgendwie was denn was für ein buch wo denn zeig ich wo ist ein grab guck nach hinten das ist kein buch mein leider was von einem buch erzählt wo ist ein grab geil das heißt hier waren schon mal welche ganz kurz und die haben sich wahrscheinlich gedacht aber wir sind so cool wir haben alles schiffe topf schildkrötenpanzer du hast gefunden noch ein foto an diesen ich komme hier nicht drauf und eine jahrzeitung ich glaube das schiff geht gerade so unter hier mit uns ja irgendwie wackelt das oder nicht ein ehr kann ist da haben wir bekommen oder irgendwie sowas ich bin hier unter wasser und komme nicht mehr hoch aber jetzt okay jetzt haben wir zwei panzer die strömung treibt mich hier raus aus die welt ich drücke jetzt mal eben i und versuche jetzt mal was ich habe drei kasten rechtsklick ja ich kann die axt machen wirklich so also ich gehe wieder zurück zu unserem haus wir können erst mal die port bänden guck mal onkel so meine lieben freunde dann würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder wenn es wieder heißt der wald ruft und ja würde sagen vielen dank fürs zuschauen oh ja bis morgen ciao 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 ciao